Hallöchen Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead Season 2 in Episode 4 und heute werden wir sie wahrscheinlich auch abschließen, ich weiß jetzt nicht mal wie lange die jetzt noch geht, aber Sonst wird die eigentlich auch immer relativ kurz, aber gut Ja, also wir müssen eigentlich sofort morgen aufbrechen, wir haben leider keine Zeit Okay, fine, if that's what you want Look, we should all try to get some sleep, it's been a long day Sorry Okay, Bex, it's gonna be alright going Du bist okay? Sie ist entzündet. Wir alle sind. Ich kann weitergehen. Wir sollten uns bleiben. Wir sollten uns bleiben, bis sie in eine bessere Formel ist. Sie werden nicht besser werden. Wir müssen sie finden, um sie einen Ort anzunehmen. Das sieht aus wie ein Ort anzunehmen? Wir können immer wieder zurückkommen. Das ist nicht eine Option. Wir müssen alle in da. Wir müssen weitergehen, wenn wir in die Stadt nach der Nacht gehen. Du hast überhaupt nicht gehört. Du gehst einfach mit einer anderen Seite anzunehmen. Du musst dich anzunehmen. Okay, you're pushing them too hard I'm just doing what has to be done like always Luke's right everyone's tired. I Know they are but waitin's only gonna make things worse. You agreed with me on that last night Becca let me take the baby No, you rest for a minute. I'll wash them back off Kenny. She said she didn't want you to take the baby. Don't be weird about it. Yeah, you kind of have been. And not just right now. Don't get all Ben into a pretzel. I was just trying to help. People are too very sensitive sometimes. Hello? What is this? Das ist der Fremde Wir haben auch Probleme Hello. Your name is Clementine. Yes? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now. Not like before. All of you can help. What do you need? How can we help? I need, uh, uh, things for... Bandages. I need bandages. Are you hurt? No. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab... Ich hab... Wir haben dich gar nicht ausgeraubt, du Arschloch. Du und deine Freunde, um die Schmerzen zu verraten, damit wir die Dinge nehmen können. Woah, woah, hang on! Was die Hölle? Warum werden wir so excited? Nein, du hast nichts von uns genommen. Sie sind nicht zu sagen, dass du mich fragen kannst. So was ist es, Josh? Ich wünsche, dass wir uns anders kennenzulernen, Clementine. Du bist so nett. Das ist nicht normal. Warte, Heather! Das kann dir leicht sein. Arvo, sag ich, dass sie die Schmerzen haben. All of you, einfach put your guns down. This will be fine. Fine, mein Arvo! Listen, Arvo, warum sie nicht... Wenn du put your guns down, wir auch werden. Wir werden. Arvo, was passiert hier? Arvo, was sie sagen? Arvo, was sie nicht zuhörst? Ich werde sie nicht zuhörst. Ich werde sie nicht zuhörst. Du hast einen Baby mit dir? Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Wenn du das gut bist, dann bist du gerade. Dann bleib dich jetzt nicht zuhörst! Das ist nicht zuhörst. Zitzen das jetzt, oder ich werde es schmerzen! Ich werde es. Du nicht, du nicht sogar versuchen. Ich versuchze, ich werde besser auf den Blumen. Ich sage, ich werde sie lieber als du bist. Ich werde sie beide unterdenen, bevor du zuhörst. Es ist ein Zombie. Okay, das war eine furchtbare Entscheidung. Das hätte ich nicht tun sollen. Jesus fucking Christ! Aber das war doch ein Zombie, oder nicht? Ja, supergeil. Ja, fuck, Alter. Jesus Christ! Ich hab schnell gehandelt. Ich wusste nicht, dass die Russen danach anfangen zu ballern. Das hab ich nicht gewusst. Mein Gott, was sind das denn für Arschlöcher? Ich wünschte, ich hätte den Typ beklaut. Ich wünschte, ich hätte's gemacht. Ich dachte, gutes Karma und so, aber nee, bei denen gibt's kein gutes Karma. Die Entscheidungen sind wieder, also sind, dass man Sarah, wenn dann beim Wohnwagen gelassen hat oder nicht, wo wir anscheinend in der Minderheit sind, dass wir sie dort gerettet haben. Das zweite ist, dass man ihn beklaut hat und ich wünschte, wir hätten das gemacht. Ähm, das nächste ist einfach, dass man, ähm, quasi freiwillig da, beim Museum da durchgeklettert ist. Da, wo quasi das Wasser war. Das vierte ist, dass man das Baby gehalten hat, was ich tatsächlich sehr komisch finde, weil das Video ist ja schon älter, wo ich gucke. Und da sind die Entscheidungen ganz anders gewesen. Also da waren es noch 2,90 und jetzt ist es fast nicht mal die Hälfte, wo es gemacht haben. Und das untere ist, dass man Rebecca erschossen hat. Damals war es auch noch die Mehrheit, die es gemacht hat und jetzt nicht mehr. Aber das war ja auch brutal schnell, ging das jetzt, ne? Also das war wirklich, das war gerade wirklich scheiße schnell. Das war wirklich, das war wirklich 딕 wie bald. Und das war wirklich, ist es, dass ich die Hälfte machen muss. Also da war auchanovich. convey threeje, nachdem das novamente damalsしょう war. Und da werden die Hälfte gemacht hat und da haben da. Und dann das war wirklich weiter. Und dann würde ich wiedersehen. Und dann arms this. Es ist also, es ist tatsächlich scheißegal, was man macht am Ende. Die werden trotzdem anfangen zu ballern und ich glaube, auch jemand anderes erschießt dann die Rebecca, wenn man nach Hilfe ruft. Ich habe einfach, ohne zu denken, habe ich geschossen, weil die das Baby hatte. Und ich wollte nicht, dass dem Baby was passiert. Was anscheinend keine wirkliche, was es anscheinend relativ egal ist, was du da machst. Das ist natürlich wieder fantastisch, da passiert also dann gar nichts. Weil ich glaube, das Baby ist ja in den nächsten Teilen ja noch relevant, deswegen kann dem ja nichts passieren. Der hat Plot Armor, genauso wie Clementine. Und ich glaube auch Kenny. Kenny lebt ja eh noch ganz lang, glaube ich. Habe zumindest gesehen, dass der im dritten und ich glaube auch im vierten Teil ja glaube ich auch vorkam. Also ich glaube, diese Charaktere, denen kann nichts passieren. Das ist natürlich immer so ein bisschen blöd. Natürlich. Weil dann ist es ja relativ egal, was du machst, denen kann ja nichts passieren. Genauso auch das mit der Sarah jetzt. Egal, ob wie lange du sie rettest, sie werden trotzdem sterben. Das ist dann so ein bisschen... Weiß nicht. Das gefällt mir jetzt als einzigstes nicht. Aber trotzdem liebe ich diese Spielerei. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich hätte... Weil normalerweise bin ich gar kein so ein... Also damals schon eher. Habe ich eher so welche Spiele gespielt, wo man halt... Also diese Choices Matter Spiele. Aber sonst habe ich die eigentlich jetzt in den letzten Jahren gar nicht gespielt, weil die mich gar nicht groß interessiert haben. Aber ich glaube, Walking Dead ist ziemlich gut. Weil ich habe ja auch noch das Wolf Among Us gespielt. Das hat mir... Bin ich nicht so reingekommen. Einfach von der Story her auch nicht. Vielleicht werden wir das aber auch noch weiterspielen. Für die, wo Sie sich erinnern, ich habe es ja schon angefangen. Wir sind glaube ich bei Episode 2 bei dem Spiel. Ja, mal sehen, was in der Zukunft so kommt. Weil ich meine vielleicht... Aber erst mal möchte ich jetzt die Walking Dead Spiele, weil die finde ich von der Story her ziemlich cool. Ja, okay, wir sind jetzt schon lang genug in diesem Menü. Ich glaube, ich gehe mal jetzt zu den Credits. Das war's auch nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und lügt und sagt, wir hätten ihn beklaut. Ja, okay, wir haben ihm die Waffe abgenommen. Die ganzen Medikamente haben wir da gelassen. Und das Ding ist klar, das war eine... Jetzt im Nachhinein klar, das war eine offensichtliche Lüge mit seiner Schwester. Ich bin einfach zu nett, das ist das Problem. Ich bin einfach zu nett. Es sollte böser sein in dem Spiel. Meine Fresse. Ja, vertrau niemandem, das ist das Ding. Ich hab halt doch noch die Hoffnung, dass es trotzdem noch nette Leute gibt auf dieser Welt, aber... Nope. Nicht die. Also gut, Leute, wir sehen uns hier beim nächsten Mal bei Episode 5 und bis dann und ciao.